Die Hochzeit deiner Schwester, der Umzug deiner Freunde, deine Geschäftsreise, euer erster gemeinsamer Urlaub. Dein Vorstellungsgespräch bei der Autobahn GmbH. Dank unseres leistungsfähigen Autobahnnetzes erreichst du jedes deiner Ziele schnell und sicher. Doch das geht nur, wenn man ein starkes, motiviertes und kompetentes Team an der Seite hat. Das Tag für Tag dafür sorgt, dass wir alle sicher von A nach B kommen. Dazu zählt viel mehr als nur die Streckenplanung. Von der Kfz-Werkstatt, Buchhaltung und Landschaftspflege, über die Personalverwaltung, Autobahnmeisterei und den Ingenieurbau, bis hin zum Lärmschutz, Photovoltaik und der Ladeinfrastruktur suchen wir engagierte Teamplayer wie dich, die Lust haben, Deutschlands Autobahnnetz zukunftsorientiert mitzugestalten. Werde Teil des Team Autobahn.